Nein, hör mal, warte, 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 Moment, Moment. Ja, ne Reckless, Gag, Babaschopfen, bist du uns in der Nacht, kill in die Cups ohne Skuppeln mit Glanz, im Metazimmer wird Ware verbracht, Ja, ne Reckless, haben so lange im Dunkeln verbracht, reden mit Slang und nicht mit dem Platz, ein Apparat gehört uns die Stadt, Ja, ne Reckless. Hola, ja, wie ist er? Ja, hier ist Le Mafia. Hola, mein Name ist Pablito Mendez, man nennt mich doch den Friedensrichter unter anderem C, hör zu, um 10 Uhr hast du einen Termin, am Café. Um 2 Uhr? Um 2 Uhr hast du einen Termin im Café, wenn du magst, bring deine Leute mit unbewaffnet bitte. Ok, easy, deal. Hören wir, sehen wir dich mit einer Waffe, wirst du vom Gericht bestraft. Easy, bis 2 Uhr. Bis gleich, bis gleich. ...herrschaften von Young Reckless und von Cousins, die Liederschaft tritt am besten nacheinander hervor. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, wir treten jetzt auch mal wieder zurück. Ich würde die Herrschaften erstmal von Cousins hervor bitten. Und bitte alle schreien, falls ihr vorne seid. Ja genau, ihr müsst alle ganz laut sprechen, damit sie auch alle mitbekommen. Die Liederschaft von Cousins einmal zur linken Seite bitte und die Liederschaft von Young Reckless zur rechten Seite. Wie gibt man einer essen? So. Was musst du essen? Äh, die Herrschaften. Ich würde sagen, äh, eine Seite muss anfangen zu reden. Essen mit dem Boden essen. Äh, ich würde sagen, äh, p-p-p-p-p. Ich fang mal einfach mit der linken Seite an. Richi? Ja. 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 Es ist ein längeres, äh, Thema, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie tief das geht und wie lange das geht. Aber ich würde dich darum bitten, einfach mal deine Sicht zu diesem Disput, zu diesem Streit hier, äh, einmal zu sagen vor Gericht. Einmal zu erklären, was da Sache ist. Hast du Essen, trinken? Vor der Sport, trinken, trinken. Und uns da einfinden können. Du kannst dich gerne hinsetzen. Wenn du noch jemanden, äh, zu, also wenn du dabei haben willst, einer deiner rechten Hände oder linker Hand. Alles gut. Zum Glück hab ich noch beide Hände. Haha, sehr gut. Okay, dann können wir uns alle wieder setzen, Freunde. Äh, Mafia, du kannst dich auch setzen, genau. Und, äh, die Herrschaften hier auf unserer Seite auch. Okay, Richi, Brudi. Schön. Dann würde ich mal sagen, fang mal an. Und erzähl mal bitte, was von deiner Seite aus, äh, Sicht der ganzen, äh, deine Sicht zu dieser Sache ist, was abgeht. Ja, also erstmal vorneweg, äh, normalerweise sind wir nicht, äh, die Herrschaften, die Dinge vor Gericht oder diese Art von Gericht klären. Aber hier, da ist, äh, zu einem, wie soll ich das nennen? Ich hab den Briefkasten aufgemacht, ich hab eine Unterlassungsklage. Äh, ich glaub, die Gleichheit hat Mafia auch bekommen. Ähm, wir werden sozusagen staatlich beaufsichtigt, uns voneinander fernzuhalten, weil wir auf keinen grünen Zweig miteinander kommen. Und deswegen bin ich hier, möchte das hier anfechten und, äh, möchte das Ding mit Mafia auf eine andere Art und Weise klären, die wir heute hier erläutern werden. Im Großen und Ganzen, die Vorgeschichte, es gab mehrere Dispute. Dieser Disput wird dann, äh, ich weiß nicht, von der Woche, wir sind voll, wir müssen Platz für Al Pacino lassen. Wir haben Bitcoin geklärt, äh, da haben wir uns getroffen, Mandela, Bitcoin und ich, und Breitenberg, da wurde das Thema besprochen, wir hatten ein Gespräch, Fehler wurden zur Seite geschafft, Leute haben sich für Fehler entschuldigt, genauso ich, wie auch die Seite von der Mafia. Ähm, es wurden Dinge vereinbart, die wurden auch so zugesagt, aber diese Dinge wurden im Nachhinein nicht eingehalten. Da geht es speziell um unser Business, ich möchte jetzt hier nicht, äh, näher darauf eingehen, aber wir haben ein Business hier in dieser Stadt und, äh, dieses Business wurde von Mafia und seinen Leuten, jedes Mal hinterrücks, ich sag mal um, zwölf Uhr mittags, wie bitte? Was? Wie bitte? Ja, hat ja einer gefurzt gerade. Das hörte ich aber ganz schön, hab ich auch grad irgendwas komisch gehört, aber egal, ignorier's einfach, egal, ignorier's einfach. Also, dieses Business wurde nicht respektiert, dort wurde hinter unserem Rücken unser Hack genommen, dann wurde das Thema, wie gesagt, mit Bitcoin einmal geschlossen und im Nachhinein hat sich das Thema wieder eröffnet, da wir mehrere Leute an dieser Route festsetzen konnten, die zu den Herrschaften da gehören. Dann hatten wir heute einen Kampf gegen die Herrschaften in der Nähe der Route und einen zweiten Kampf in der Nähe von unserem Anwesen und daraufhin ist es zu verbalem Austausch gekommen, es wurde Beleidigungen hin und her geschmissen und dann haben wir staatliche Unterlassungsklagen bekommen, genauso ich, genauso wie die Seite von den Mafia. Und ich bin heute hier, weil ich dieses Urteil nicht akzeptieren möchte, weil ich denke, dass wir in der Lage sind, das auch anders klären zu können. Okay, 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 ich verstehe. Ich muss bei dem Thema wirklich mit Fingerspitzengefühl rangehen, Jungs, ihr müsst mich verstehen. Und ich werde auch vielleicht ein paar Fragen stellen, ihr müsst nicht auf alles antworten, ja, vorab, also bevor ich anfange, bevor der Mafia gleich anfängt. Damit ihr nur Bescheid wisst, ich werde euch eventuell ein paar Fragen stellen müssen, um meine Einsicht dazu zu kriegen, ins Detail zu kommen und vielleicht herauszufinden, wo der Schuh drückt und wo das Problem sein könnte. äh, blind Mafia. Ja. Könntest du mal deine Sicht einmal, äh, uns allen hier erläutern? Äh, ja, also nach dem Gespräch mit Bitcoin vor circa einer Woche war für mich alles geklärt. Ich habe das wahre Gesicht von Richie gesehen und war eigentlich damit, äh, sehr, sehr zufrieden, dass Bitcoin das so herausragend klären konnte. Und seitdem sind wir eigentlich getrennte Wege gegangen. Ich habe, äh, keine Munition mehr verkauft hinter seinem Rücken. Ähm, noch waren meine Männer auf der Route, da wir selbst eine Nahkampfroute besitzen und bis heute. Ja, heute war das dann soweit. Wir wollten gegen Aztekers feiten in Palito. Ihr wisst doch, die Gangs, die streiten sich auch untereinander. Wir wollten in Palito gegen die Aztekers feiten, bauen unsere Kolonne auf, circa beim Highway gegenüber von diesem, äh, Felder. Ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, wo das ist. Auf jeden Fall spielt keine Rolle. Dabei, ähm, wir bauen unsere Kolonne auf, wollen gerade losfahren auf einmal kommen. Von links und rechts Cousins und schießen uns an. Ja. Keiner von uns weiß, warum, wieso, weshalb. Das einzige, was wir wissen, dass wir uns angeschlossen haben. Wir waren gerade eigentlich bereit, um gegen Aztekers zu kämpfen. Bedeutet, wir waren alle mit Pistole ausgestattet. Wir wollten das so fair wie möglich für die Aztekers machen. Wir waren nicht bereit, um gegen die Cousins zu kämpfen. Weder ein Anruf noch eine Nachricht habe ich von Richie erhalten zu dem Zeitpunkt. Und, ja, bin ich im Krankenhaus aufgestanden. Zum Glück haben zwei, drei Jungs von mir überlebt und konnten diese Information weitertragen. Habe ich mir gedacht, okay, ähm, die Cousins wissen immer noch nicht, was, äh, deren Platz hier in der Stadt ist. Und der Platz von denen ist auf jeden Fall unter uns. Habe ich gesagt, okay, wir sind gerade 17 Männer, die wach sind. Wir gehen da rein und zeigen denen, wo, wo deren Platz ist, ja. Weil Kinder, die nicht hören wollen, die muss man schlagen, ja. Viele Leute sagen... Hab Respekt, Maniac, hab Respekt. Moment, 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 Moment. Bitte, Richie, ganz kurz, ich mach das schon. Äh, Lin Mafia. Ja. Bitte. Das ist ein Sprichwort aus Afrika. Ja, ja. Ich weiß, dass es ein Sprichwort ist, aber du darfst nicht vergessen, dass du hier am Ende des Tages nicht mit irgendwelchen Kindern auf der Straße redest. Und, äh, in dem Moment, wo du so redest mit Leuten in unserer Anwesenheit, beleidigst du uns alle. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Und bitte, pass auf, wie du hier redest. Klar. Und, äh, hüte deine Zunge und denk bitte ein bisschen nach, bevor du was sagst, weil wir sind hier keine kleinen Kinder, dass du mit uns so zu reden hast, dass du hier Kinder nennst. Ich wollte die, nein, nein, nein. Wir sind hier, um eine Lösung zu finden. 100%. Und dich um die Sache noch mehr anzuheizen. 100%. Ich weiß nicht, wie ihr das bei Bitcoin geklärt habt, aber ich sag dir, also hier in meiner Anwesenheit lasse ich nicht zu, dass du hier sowas redest und oder sonst was. Ich bin hier und, äh, ich will das auch korrekt geklärt haben. Charlie, das ist ein Sprichwort aus Afrika. Ja, aber das ist ein Sprichwort aus Afrika, das sagt man so. Das ist ein Sprichwort aus Afrika, das sagt man so. Das ist ein Sprichwort aus Afrika, das sagt man so. Ja, okay. Also bitte hör auf damit, ja. Naja, müssen wir das Thema nicht weiter aufmachen. Auf jeden Fall, äh, kann ich da nur sagen, dass der, die, äh, wir dann mit 17 Mann da reingegangen sind und haben die halt, äh, wie erwartet komplett gegessen. Und dann ist es zu einem verbalen Austausch gekommen, der vielleicht ein bisschen zu hart war. Aber für mich war alles in Ordnung, ich hab mich eigentlich gefreut auf morgen, ja. Weil unser Lager ist nicht so prall gefüllt. Das war's. Für mich war's das eigentlich. Das war die Situation. Ich hab mich auch gewundert, warum die einfach auf uns geschossen haben, warum nicht mit mir geredet wurde. Ich hab ihn sogar noch davor angerufen, bevor wir angegriffen haben. Und er hat mich wieder beleidigt als Schwanzlutscher. Als dass er meine Mutter gefickt hat und sowas. Auch von solchen Wörtern distanzieren wir uns, glaub ich, alle hier. Ne, das hat er gesagt! Dahinter muss er ja stehen, oder nicht? Ja, ja, ja. Egal, was gesagt worden ist, ist ja jetzt scheißegal. Wir sind hier, um das ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Wir brauchen das Thema auch nicht... Ne, du willst in einer Sicht meine... Wir sind von beiden Seiten vielleicht, ich geh stark davon aus, so eine Streit, da gehören immer zwei dazu. Aber ich möchte bitte wirklich noch mal drauf hinweisen, wir sind hier, um das zu klären und nicht, äh, um dieses Thema einfach wieder von neu aufzurollen. Deswegen bitte, bitte versuch dich da auch ein bisschen zurückzuhalten und zu gucken, dass du vielleicht dieses Thema erstmal abschaltest, was wahr, sondern einfach nur neutral deine Sicht zu dieser Sache erklärst. Du willst einheitlich verstehen, warum ich angegriffen habe, aber möchtest nicht hören, was er gesagt hat. Ich bin, dass du sachlich bist. Sachlich, ich hab zitiert, was er gesagt hat. Ich zitiere nochmal. Moment, Moment. Ich ficke deine Mutter, du Maniac. Nein. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Moment, Moment. Ja, Richie, ja, Richie. Also, ich möchte gestehen, äh, da das nicht richtig ist, äh, was Mafia da sagt, ich habe nicht, äh, gesagt, dass ich seine Mutter ficke, das ist, äh, nicht die Wahrheit. Ich habe wörtlich gesagt, du Sohn einer Hure. Und das ist ein großer Unterschied, Herr Richter, das wollte ich hier nur nochmal klarstellen. Dass hier die Wahrheit auch immer ausgesprochen wird. Guck mal, und jetzt versteht ihr, warum es wieder in eine komische Richtung geht, Jungs. Ich bitte euch, ich möchte, ich verstehe, dass es eklav geworden ist und deswegen sitzen wir auch jetzt hier. Sonst hätten wir hier auch gar nicht sitzen. Wir haben auch alle was Besseres zu tun. Wir haben alle Arbeit vor uns, wir haben alle was zu tun. Und ich, ich, ich brauche euch nicht zu erklären, dass das keine schönen Worte sind, so. Äh, ich denke, wir sind alle erwachsen genug und können, äh, auch ohne solche Worte uns ausdrücken, so. Ähm, bitte, ich bitte euch noch einmal darum, ja. Bitte erklärt mir die Sache, aber versucht mir nicht eins zu eins zu zitieren, weil ich will, äh, ich merke, dass diese Sache nur noch mehr Öl ins Feuer kippt und es bringt uns alle hier nicht weiter. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen lasst uns einfach nur gucken, dass wir die Sache so erklärt kriegen, ohne diese, äh, 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 Wörter genau auszusprechen. Versucht bitte einfach nur sachlich zu sagen, weil ich versuche jetzt einfach nur den Ursprung und, äh, die Quelle dieses, dieses Problems zu finden und nicht einfach, äh, nur über die Wörter, weil das sind eigentlich am Ende des Tages schon die, äh, Hochpunkte im Streit. Äh, da werden Wörter gesagt, manchmal, manchmal, äh, flippt man da raus. Ich weiß nicht, wie tief das Ganze ging, aber, äh, ich möchte gerne die Quelle wissen, weil die Quelle ist das Wichtige, die Wurzel des Problems und nicht die Auslöser oder, oder, oder der Höhepunkt, ja. Die Quelle ist, unter dem Boden meiner Mutter liegt das Paradies und ich lasse meine Mutter ganz sicher nicht von so einem schmutzigen, äh, Person wie ihn beleidigt. Definitiv, definitiv ist das, äh, für uns alle so, so. Wir sehen alle unsere, unter den Füßen unserer Mütter von uns anliegt das Paradies. Da gebe ich, äh, jedem hier recht. Aber, äh, Mafia, ich möchte, dass du auch meiner Sicht hier verstehst. So macht man das. Ich bin nicht hier, äh, ich bin hier neutral, ich will, dass das korrekt geklärt wird. Und du tust uns allen keinen Gefallen oder auch, Richi, wenn ihr, äh, wenn ihr weiterhin auf diesem Gang fährt, ihr müsst alle mal beide so ein, zwei Gänge runterfahren, damit wir ein bisschen Luft aus den Segeln kriegen. Weil ansonsten... Nein, 100 Prozent. Das war auch nicht böse gemeint, Charlie. Ich hab nur wieder, weil er sagt... Ja, ja. Ich hab das anders gesagt. Ich weiß. Das ist schon richtig, alles gut. Das sollte jetzt nicht nochmal eine neue Beleidigung sein, ganz im Gegenteil. Das soll ihr nur bei der Wahrheit bleiben. Deswegen sitze ich hier an dem Tisch mit euch. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Und das ist der Punkt. Und Lil Mafia, mein Bruder, guck mal, ich will euch beiden was sagen. Bitte. Ich sag euch von nun an. Bitte nicht mehr diese Wörter in diesen Raum bringen. Die haben hier drin nichts verloren. Ich hab euch von Anfang an gesagt, hier wird Respekt groß geschrieben. Und auch das, äh, äh, brauche ich euch nicht zu erklären, dass das einfach, äh, unter aller Sau ist. Das ist die unterste Schublade. Wir brauchen gar nicht mehr über diese Punkte zu reden. Denn ich denke, wir wissen alle, dass es ekelhaft gewesen ist. So, Lil Mafia, ich verstehe auch, dass du gekränkt bist. Ich verstehe, dass du abgefuckt bist. Ritchi, ich verstehe auch dich, äh, dass du abgefuckt bist. Aber wir müssen echt mal jetzt gucken, dass wir einen kühlen Kopf bewahren hier. Und ein bisschen Wind aus den Segeln kriegen. Weil es wird sonst wieder nur, sonst sitzen wir umsonst. Dann können wir gleich alle wieder aufstehen. Und, äh, äh, dann kann es genauso weitergehen. Wir wissen dann nicht, wo die Sache endet. So. Und deswegen sage ich euch ganz ehrlich, lasst uns einfach nur gucken, dass wir, äh, vielleicht eine friedliche Lösung finden. Man muss nicht direkt, äh, hier mit solchen Wörtern. Man kann es auch anders klären. So. Also bitte, äh, Lil Mafia, erzähl mal dein Gesicht weiter, bitte. Ich würde gerne deine Sicht weiter wissen. Aber erklär mir nicht, bitte, was er genau gesagt hat. Ja, es geht, äh, du kannst auch ganz einfach sagen, es waren eklige Worte. Und dann weiß ich schon, was du meinst, ja. Ja, das war's eigentlich. Nach dem Kampf, äh, haben wir halt eine Auseinandersetzung gehabt und das war's. Okay. Verstehe. Aber Mafia, du musst doch sagen, ich war daran nicht beteiligt. Ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Das war zwischen Mafia und den Jungs von uns. Sie haben mir das im Nachhinein erzählt, dass das anscheinend so aus den Fugen geraten ist. Dass, wie gesagt, diese Verfügung erlassen worden ist. Dass wir sozusagen ein Kontaktverbot haben, Charlie. Okay. Und das wollen wir hier anfechten. Das ist der grundlegende Punkt. Mhm. Ja, die Probleme, die wir untereinander haben, was da mit der Route, sag ich jetzt mal, passiert ist und, äh, so. Das ist ein anderes Thema. Äh, mir geht es hier... Ne, das ist kein anderes Thema. Das interessiert mich nämlich, warum ihr mich angegriffen habt. Nicht ins Wort fallen, bitte. Das kannst du gleich sagen. Okay. Das kannst du gleich sagen. Nicht ins Wort fallen, bitte. Also, viele Leute hier in der Stadt kennen mich. Ich greife niemals grundlos an. Und dann solltest du auch wissen, Mafia. Nur deine Spielchen, ja, mit Leuten, die du bei uns auf die Route schickst, die wir dort erwischen, die eure Namen nennen, die deinen Namen nennen. Und das, nachdem wir Frieden geschlossen haben, ist für mich ein ganz klares Zeichen, mein Lieber. Und du bis heute noch nicht eine Munition bei mir gekauft hast, ja, ist für mich ein klares Zeichen, dass du weiterhin versuchst, meine Route zu schädigen und dich nicht an das Wort hältst, was wir mit Bitcoin abgemacht haben. Und das ist der Grund, weshalb ich dich angreife. Du hättest mal dazu sagen sollen, dass du komischerweise, und wir wollten euch da gar nicht angreifen. Das ist ja das Lustige. Wir fahren zu unserer Route und ihr steht genau eine Straße entfernt von unserer Route, ja. Und dann ist es zum Angriff gekommen. Wir sind weder zu euch nach Hause gekommen, oder es war ein geplantes Ding, so wie du das hinstellst, sondern wir hatten das Ding auf dem Tisch mit euch, dass ihr da Leute hinschickt. Wir haben uns das nicht auf uns sitzen lassen, nachdem wir Frieden geschlossen haben. Und dann seid ihr genau 100 Meter Luftlinie, nicht mal eine Straße, eine Ecke, komplett neben der Route, in einer Kolonne. Auf was soll ich warten? Okay, okay, machen ruhig jetzt. Dann würde ich gerne meinen ersten Zeugen direkt aufrufen. Okay, wir rufen die Zeugen auf, ganz kurz Mafia. Ich will das zu Ende hören. Ich habe noch nicht zu Ende gehört. Ich würde gerne das Argument widerlegen, damit ihr das nicht vergessen. Ja, du kannst ihn nicht vergessen. Der Zeuge wird doch nicht vergessen, was er sagen möchte, oder? 100 Prozent, ja. Okay, dann sprech doch kurz zu Ende, Richi, bitte. Ja, und das war der Grund, weshalb wir da angegriffen haben. Also, so ist das passiert. Also sprich, damit ich das mal kurz verstehe. Du hast angegriffen, weil die Jungs dir ans Bein gepisst haben, indem sie einfach deine Route genutzt haben, ohne mit dir gemeinsam Geschäfte zu machen, obwohl ihr eine Abmachung hattet. Ist das richtig? Das war das erste Mal, dann wurde Frieden geschlossen. Okay. Und nach dem Frieden hat der Herr da drüben es auf ganz schlau gemacht und meint irgendwelche Leute in seinem Namen dahin zu schicken, die ihn verfiffen haben. Okay? Und diese Politik, die der Hilfe ist, und das ist jetzt schon zweimal, es ist nicht nur einmal gewesen, dass wir Leute dort erwischt haben, das ist das zweite Mal, nachdem wir Frieden geschlossen haben, dass Leute von ihm bei uns auf der Route waren. Und deswegen ist dieser Angriff heute in der Nähe der Route auch so passiert, wie er passiert ist. Und du sagtest auch, weil wir um drei Ecken standen. Korrekt? Genau eine Ecke entfernt von der Route. Okay, eine Ecke. Hervorragend. Dann würde ich gerne meinen Zeugen aufrufen, die Aztekers bitte, die sitzen gerade da zu zweit. Kann man da einen kurz dazu holen? Haben denn die Aztekers jetzt mit der... Ja, Geduld, Geduld Richi. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, bevor wir irgendwelche Zeugen hier willkürlich einladen. Erstmal muss ich eine Sache hier mal kurz fragen. Was ist deine Ansicht erstmal dazu, beziehungsweise was ist deine Aussage dazu? Ich würde gerne mal wissen, was du dazu sagst. Ich würde das gerne wieder nehmen. Ja, du kannst das auch erstmal selber mit deinen eigenen Worten und wenn wir merken, vielleicht reichen deine Worte ja aus, vielleicht müssen wir keine Zeugen oder sowas hinzuziehen, verstehst du? Um 22 Uhr am 30.10.2022 war es geplant, einen Streetfight gegen die Aztekers einzugehen. Um 22 Uhr. Gefasst wurden wir um 22 Uhr sieben von den Cousins, wie wir gerade unsere Kolonne aufbauen, um Richtung Palito zu fahren. Warum sind wir nicht um 22 Uhr schon in Palito gewesen? Weil wir einen kleinen Unfall hatten. Einen Tankunfall. Und noch Leute von uns bisschen Schmerzen in den Händen hatten. Das können die Aztekers gerne bestätigen, dass wir da einen geplanten Streetfight um 22 Uhr hatten. Und eigentlich bereit waren zum Kämpfen. Und nicht irgendwas mit der, dieser Route da zu tun zu haben. Wurden dann einfach angegriffen, nicht angerufen, nicht gefragt, ey was macht ihr hier? Sondern es wurde einfach los geschossen. Oder irgendwie, ja. Okay, ich habe eine Frage an dieser Stelle, Lin Mafia. Du hast kein Wort jetzt zu den Aussagen von Richie. Du hast keine Antwort darauf gegeben. Ich habe keine Zivis hingeschickt. Warum sollte ich Zivis hinschicken? Dieses Geschäft haben wir schon, also bis wir das geklärt haben, ausgebeutet, bis zum geht nicht mehr. Wir konnten uns damit unser Leben finanzieren. Ab dem Zeitpunkt, wo ich mein Wort gegeben habe, dass ich es nicht tue, habe ich diese Route auch nicht mehr betreten oder irgendwelche Leute hingeschickt. Wenn Leute sagen, Lil Mafia, dann gib mir den Namen und ich sage dir auch bestimmt oder nicht. Vielleicht sind es ehemalige Leute, deren Vertrag leider gekündigt werden musste. Da wir ja nicht mal so viel einnehmen, seitdem wir keine Munition mehr verkaufen. Aber wir haben per se keine Leute dorthin geschickt. Nein. Das war nie unsere Absicht oder nicht mehr unsere Absicht, seitdem wir alles geklärt haben. Okay, okay. So, jetzt haben wir zwei Punkte. Einmal möchtest du die Aztecas als Zeuge aufrufen, richtig? Korrekt, um zu bestätigen, dass wir einen Streetfight hatten um 22 Uhr. Okay. Richi? Ja? Habt ihr Beweise, dass das mit der Munitionsroute getätigt worden ist von deren Seite? Über die Civis? Habt ihr Beweise oder gibt es irgendwelche Zeugen? Ja, wir haben Namen, wir haben Leute, wir haben mehrere, die das ausgesagt haben. Sind welche auch hier anwesend gerade? Ich glaube nicht um diese Uhrzeit. Das glaube ich nicht, dass jetzt um drei Uhr morgens hier einer von diesen Civis, die da für die Familienarbeiten hier ist. Das können wir aber auch auswenden, die Namen und so, oder? Ja, ja, das kommt alles raus. Charlie, eine Frage. Was habe ich damit zu tun, dass er mit Aztecas irgendeinen Feind ausmacht, wovon ich nichts weiß? Ich meine Route patrouillieren will und er eine Ecke an meiner Route steht. Eine Ecke entfernt von meiner Route steht er. Ich weiß nichts von irgendwelchen Feinds mit Aztecas. Ich wusste nicht mal, dass er da steht. Ich war auf meine Route patrouillieren und mit den Leuten, mit denen wir was offen haben, die unsere Route nachweislich schädigen, stehen da und dann kommt es zu einer Schießerei. Und nochmal, die Aztecas können das noch bestätigen, das glaube ich denen doch, dass die da irgendwas ausgemacht haben. Aber woher soll ich das wissen? Was spielt das für eine Rolle? Nicht ins Wort fallen, bitte. Mach dir nicht ins Wort fallen. So. Was spielt das für eine Rolle für mich, was er gleich vorhat? Wenn ich auf dem Weg zu meiner Route bin und die dort eine Ecke entfernt stehen sehe, mit einer Kolonne und ready to go. So. Ganz einfach. Und ich verteidige meine Geschäfte. Und nochmal hier, um anzumerken, ich habe die Munitionsroute seit sechs Wochen. Sechs Wochen. Und diese Familie, ja auch nach dem Deal, hat noch nie irgendwie nach Munition gefragt oder irgendwie ein Geschäft gemacht. Sondern die Herrschaften, ja machen das ganz schlau mit Zivilisten. Natürlich setzt er sich hier hin und sagt, ich habe keine Zivis dahin geschickt. Das würde ich ja auch machen. Wie soll man das dem denn nachweisen, wenn er sich hier hinsetzt und sagt, nein habe ich nicht? Das ist doch, also meine Herren, was der da gerade erzählt hat, ergibt komplett keinen Sinn. Das ist das gleiche, als würde ich jetzt Mr. Bitcoin reinrufen und würde sagen, kannst du bestätigen, dass ich vorgestern bei dir auf der Couch gesessen habe? Spielt nichts zur Sache hier. Ja, also ich sage euch ganz ehrlich, also ich finde es auf jeden Fall interessant zu wissen, trotzdem, ob die wirklich ein Fight geplant hatten. Wenn dann ein Fight geplant war, ändert es vielleicht nicht seine Tatsache, dass es zwischen euch nochmal geknallt hat? So? Weil am Ende des Tages, Le Mafia, standet ihr eine Ecke weiter, wenn das richtig ist, oder? Ja, eine Ecke weiter, es kommt drauf an, wie man das beschreiben möchte. Wir standen beim G, bei 2050, ja, standen wir, waren gerade die Autos... Moment, ich gucke gerade auf meinem Navi, ich gucke gerade auf meinem Navi, einen Moment. 2050 beim G müsste das sein, ja. Ganz oben rechts. Ja, ja, ja. Ja, da standen wir, ja, na klar ist es die Ausfahrt zum Hülsenverarbeiter, aber was würde denn eine privilegierte Person machen, die diesen Start nicht schaden möchte, sie würde anrufen und fragen, was die Leute da machen. Aber einfach loszuschießen, obwohl es gar nicht geplant war zu schießen, finde ich ein bisschen voreilig gesagt, beziehungsweise gemacht, ja. Gehandelt, meinst du? Gehandelt, danke. Gehandelt, sehr, sehr voreilig gehandelt. Wenn er doch so oder so schon die Befürchtung hatte, dass wir da was machen, finde ich das ein sehr, sehr schwacher Schachzug von ihm. Okay, aber ich möchte eine Sache jetzt verstehen. Du findest aber, also eine direkte Frage an dich, Le Mafia. Ja. Findest du es absolut inakzeptabel von deiner Seite aus, dass er so gehandelt hat? Absolut. Obwohl eigentlich, Moment darf ich noch aussprechen. Obwohl eigentlich schon klar war, dass ihr vorher eine Abmachung hattet und man eigentlich abgemacht hat, dass man sowas vorher abspricht. Absolut. Absolut. Wir waren seine Route, ich weiß nicht, ob du schon mal beim Hülsensammler warst, aber das ist schon ein bisschen ein Stück weiter weg gewesen. Und wir standen da in einer Kolonne, waren nicht irgendwie ready zum Wegfahren. Man hätte einfach fragen können, ey Jungs, was macht ihr da? Wie man es bei einem OG gemacht hätte, wie man es bei jeder anderen Familie gemacht hätte. Und dann hätten wir gesagt, ey, wir haben ein Fight gegen Aztekas, nichts gegen euch, bla bla bla, keine Muni, hätten uns auch durchsuchen lassen, hätte Witz gemacht, fertig. Nee. Das haben sie nicht gemacht. Ich stehe da, mach noch gerade Wisse darüber, dass die ein oder andere Lost bei uns ist. Und auf einmal kriegen wir da Schüsse von links und rechts und links und rechts und wundern uns. Wir wundern uns, warum geschossen wird und nicht einfach ein Anruf hätte gereicht. Ein Anruf hätte so viele Tote, so viele Menschenleben retten können. Aber nein, das wurde nicht ergewählt. Der aggressive Weg wurde gewählt. Weil man ja Young Rack ist schon auf der Liste hatte, die man abarbeiten möchte. Was für eine Liste, das ist alles wieder hier zusammengereist. Es ist eine Metapher, ja. Ich weiß nicht, ob du den Deutschunterricht besucht hast und das verstehst, aber... Ich kann dir mal gleich meine rechte Innenhand zeigen, die so deutsch wie du noch nie gesehen hast. Jungs, 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 Jungs. Machen ruhigen großen. Entspannt euch mal wieder. Entspannt euch mal bitte wieder. Wir brauchen nicht wieder in diese Richtung. Richi, eine Frage. Ja. Du hast bestimmt einen Call bekommen, dass sie da sind oder hast sie mit deinen eigenen Augen gesehen? Nein, nein, nein. Wir wussten nicht, dass die da sind. Wir waren auf dem Weg zu unserem Hülsenverarbeiter, wo wir immer patrouillieren. Das machen wir den ganzen Tag, wenn wir da sind. Und auf einmal, wo dieser Konflikt, wo meine Leute mir das noch erzählt haben, dass sie sogar heute irgendwelche Leute da wieder erwischt haben, stehen die eine Ecke entfernt von meinem Hülsenverarbeiter. So. Und nochmal, da kann Mafia das ja mal auch bestätigen. Ja, wenn man irgendwas angreift oder wenn man irgendwo hin will, stellt man sich ja natürlich nicht drei Meter neben die Route, sondern man sammelt die Kolonne eine Ecke weiter. Und das war genau so eine Ecke, wo man sich sammelt, wenn man dort das Feld angreifen würde. So. Und in dieser Zeit hast du ein paar Sekunden, um zu reagieren. Und wir haben reagiert. Weil nochmal, die Zeit mit Reden hatten wir sehr oft, Mafia. Ich habe sehr oft mit dir geredet. Wir haben Frieden gemacht, weil Bitcoin das so wollte. Ja, ich habe mich entschuldigt, weil ich deine Jungs da mit reingezogen habe, wegen diesem anderen Idiot. Und du hast dich entschuldigt für Fehler, die gemacht worden sind. Da war für mich das Thema durch. Weißt du, was ich so lustig finde? Um das System dieser Route nochmal ganz kurz zu erklären. Um diese Route anzugreifen wie... Ich hab die Route 6 offen. Hey, 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 hey. Auf deinem Mund zurück trim. Hey, 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 hey. Hey, Jungs entspannt euch mal bitte. Lass euch mal gehen, dass ich ausreden. War ich fertig mit reden, dass du anfängst? Okay, dann lass ihn ausreden. Der war wirklich noch nicht fertig. Sprich was dann. Hier ist eine Gespannung, und ja. Was ist das? Hey, mach... Wer macht das? Wer macht das Musik aus? Wer macht die Musik aus? Der soll mal rausgehen, wer das war. Ayip, ja. Okay, sorry. Sorry, Sorry, sorry. Jetzt bin ich fertig. Jetzt darfst du reden. Alles klar. Ja, um das System dieser Route noch mal kurz zu erläutern, Charlie. Auf diese Route musst du draufgehen, drauf fahren, aus den Autos aussteigen und anfangen zu sammeln. Ja? Ist das korrekt, Ritchie? Nur ein Ja oder Nein? Ja, natürlich. Genau. Das bedeutet, wenn wir diese Route angreifen wollen, ist das keine Kiste, die wir angreifen, wo wir die Sache rausnehmen und es dann nie wieder nachweisbar ist, dass wir das genommen haben. Das heißt, rein theoretisch hattet ihr nicht diese eine Sekunde, um zu prüfen. Ja oder Nein? Nein. Ihr hattet mehrere Minuten. Denn erst ab dem Zeitpunkt, wo wir diesen kleinen Weg nehmen Richtung Berg, könnt ihr euch sicher sein, okay, die wollen uns angreifen und dann hättet ihr agieren können. Nein, das ist doch Schwachsinn. Hör mal. Es ist Schwachsinn. Warum? Das ist doch kompletter Schwachsinn. Hör mal zu. Und warum? Du hast dich an das Wort gehalten. Und warum? Nein, 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 nein. Du nimmst weiter hin. Ritchie, Ritchie, Ritchie. Ritchie und beide. Guck mal. Lars, guck mal. Ihr habt es, glaube ich, nicht. Guck mal, Jungs. Wir lassen uns hier gegenseitig ausreden. Hier ist keine Diskussionsrunde. Wir sitzen hier vor Gericht und wir haben alle gewisse Regeln zu beachten. Ich bitte euch, euch gegenseitig ausreden zu lassen. Lass mich jetzt den Satz nicht hundertmal wiederholen, bitte. Dann lass mich doch meine Frage stellen und dann beantworte mir. Du sagst, du hattest eine Sekunde. Eine Sekunde hast du, wenn dein Gegner die Waffe gerade zieht und du entscheiden musst, ob du schießt oder nicht. Eine Sekunde hast du, wenn gerade dein Kind am Runterfallen ist und du entscheiden musst, ey, lass ich mein Essen runterfallen oder hebe ich mein Kind auf oder rette mein Kind. Aber diese eine Sekunde hattest du da nicht. Wir saßen in Kolonne, waren noch gerade draußen unterwegs und du hättest anrufen können, du hättest warten können. Fahren wir nach rechts, fahren wir geradeaus? Nein. Du hast einfach sofort losgeschossen. Also sag nicht, dass die Entscheidungszeit der Grund ist, warum du so reagiert hast, wie du reagiert hast. Nein. Das ist der tiefgründige Hass, den du hast. Der Hass, dass du doch niemanden hier in der Stadt beweisen konntest, wie gut deine Cousins sind. Das ist der Grund, warum du angegriffen hast. Oh, jetzt fängst du wieder an. Moment, 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 Moment. Der fängt wieder an mit seinen unterschwelligen Möchtigen. Moment, ganz kurz, ganz kurz, bitte, ganz kurz. Guck mal, ich verstehe, dass es deine Ansicht ist, Little Mafia, aber das tut hier nichts zum Gericht. Also sprich, das hat hier nichts verloren. Wir sind hier rein auf Fakten und irgendwelche, wie soll ich sagen, Ansichten, die eigentlich noch im tiefen Herzen stecken, die haben hier nichts verloren. Wir reden hier rein sachlich und wir versuchen hier eine Sache zu klären. Wir wollen jetzt nicht hier wieder ins Verhaltensschema zurückfallen, wie vorher, weil vorher habt ihr gesehen, wo die Sache endet. Und deswegen lasst uns doch einfach nur sachlich bleiben und nur Sachen sagen, die zu 100% der Wahrheit entsprechen und nicht irgendwelche Denkweisen oder wie man wieder einen über den anderen denkt. Das hat ihr nicht verloren. Okay, dann entschuldige ich mich natürlich dafür. So, ich will deine Frage beantworten. Okay, dann beantworten. Dann los, beantworten die Frage. Okay, so, wenn du diesen Weg kennst und ich glaube, den kennst du und man kommt von hinten in der Straße, wo ihr seid, wir sind hinter euch gekommen, du kommst um eine Kurve, okay? Okay, sobald du um diese Kurve kommst, erst dann siehst du, dass da Autos stehen, weil es nach unten geht, weil es abschüssig ist, okay? Wir sind um die Kurve gekommen und da standet ihr. Und in genau dieser Sekunde haben wir das entschieden, okay? Und ich habe weder irgendwie gewartet, dass sie nach links oder rechts fährt, sondern wir sind um die Ecke gekommen. Dann hat der Erste schon den Funk gesagt, ey, da stehen ja Young & Reckless. Und dann habe ich den Befehl gegeben, wegmachen. Okay? Okay, und nochmal, aufgrund, und das ist der grundlegende Punkt, den du hier versuchst, mit irgendwelchen Sprüchen hier zur Seite und Fakten zur Seite zu schieben. Du schickst Leute auf mein Feld, du nimmst meinen Hack und du bist kein gerader Typ und du hast dich an das Wort gehalten, wo wir Frieden geschlossen haben. Klar, ich nehme aus deiner illegalen Hute. So, und du unterbrichst mich schon wieder. Moment, Moment, nicht unterbrechen, nicht unterbrechen. Nein, aber bei ihm weiß man nie ganz, wann er aufhört zu reden, ja. Okay, dann musst du kurz Geduld haben, er sagt dann schon, wenn er fertig ist. Okay, perfekt. Findest du das lustig, ja? Ist zum Lachen. Mach einen ruhigen. Ich habe später einen Heineken für dich, ja. Ey, äh... Das ist... Ey, im Moment, das ist hier gar nicht ernst, ja, was ist das? Das ist nicht böse gemeint, Bro. Das ist nicht böse gemeint. Ja, Mafia, Mafia, guck mal, das ist wirklich, ich meine es wirklich ernst. Bitte reiß dich mal zusammen, wie oft du euch denn noch bitte sagen? Wie oft muss ich diesen Satz noch wiederholen? Wir sind noch nicht beim Kindergarten hier. Wirklich respektlos, ja. Also, ich bitte dich noch ein letztes Mal, reiß dich bitte auch zusammen und bitte lass uns hier, äh, sachlich bleiben. Der respektiert dein Gericht nicht, Charlie. Ja. Oder Whisky, der Hickel auf den. Guck mal. Egal, mach weiter. Mach einfach weiter. La Mafia, lass mich diesen Satz bitte nicht noch mal wiederholen, ja? Whisky, der Hickel auf den. Mein letztes Mal, dass ich das jetzt hier gesagt habe. Also, äh, Richi, du kannst weiter, weiter, weiter sprechen. Da ich ja merke, in was für eine Richtung es jetzt hier schon wieder geht, äh, könnt ihr euch jetzt auch, die Leute, die hier nicht beteiligt waren an diesem Konflikt, ja, vorstellen, warum wir an diesen Punkt gekommen sind, ja? Und, äh, wie gesagt, um das Ganze hier zu verkürzen, ähm, es geht einfach darum, wir bitten hier das Gericht, diese Kontaktsperre zwischen uns und dieser Familie aufzuheben, ja, äh, wir wollen hier jetzt nicht von Dingen reden, wie, dass wir seit vier Tagen unseren Helikopter, ja, in der Werkstatt haben und ihn nicht auspacken können und die Herrschaften, ja, äh, sich groß was eingebildet haben heute, dass sie einen Kampf hier gegen uns gewonnen haben, sei denn gegönnt. Was wir hier fordern, wo wir das Gericht drum bitten möchten, ja, ist eine ganz einfache Sache, äh, wir bitten die Herrschaften auf einen letzten Fight, okay, ein Kampf, wir gegen die, okay, und der Gewinner entschuldigt sich bei dem Verlierer und ab da an, gehen wir getrennte Wege und nehmen diese Kontaktsperre hin, aber, wir können diese Kontaktsperre nicht hinnehmen, ohne diese Differenzen zwischen uns geklärt zu haben, ein Kampf und danach gehen wir uns für immer aus dem Weg, egal wer gewinnt, wer verliert. Richi, ich, ich, ich hab deine Bitte auf jeden Fall, äh, wir haben hier uns notiert, äh, da kannst du dir sicher sein und wir haben uns auch schon, äh, einige, äh, Gedanken gemacht zu diesem Thema, da kannst du auch sicher sein, ich verstehe, dass du uns deine Sicht doch mal sagen willst, aber das Gericht entscheidet auf jeden Fall. Macht darum keine Sorgen und wir werden gerecht entscheiden, sodass ihr jeder heute Abend glücklich, äh, den Raum verlassen kann. Auch, äh, Lil Mafia und auch, äh, Richi, also alle Parteien werden heute Abend, äh, äh, hoffentlich, äh, diesen Raum, äh, glücklich verlassen und wird zufrieden, seinen Kopf in sein Kopfkissen legen. Komm, dafür sind wir hier. Richi, äh, Richi sag ich schon, Lil Mafia. Ja? Was ist denn, äh, deine, deine, äh, Bitte ans Gericht? Meine Bitte ans Gericht ist, lass mich, äh, lass mich kurz überlegen, ich, nee, ich hab eigentlich keine Bitte ans Gericht, ich hab eigentlich direkte Worte an Richi. Und, äh, und seine Antwort auf meine Worte werden denn entscheiden, was ich vom Gericht fordere? Bevor du direkte Worte an Richi richtest. Die Worte werden immer ans Gericht gerichtet. Und, äh, sprech bitte in den Raum, sodass, äh, man Konflikten aus dem Weg gehen kann hier. Also sprech bitte in den Raum, ja? Ich möchte mich in, äh, in Namen von Young & Reckless, was ich schon getan habe, dafür entschuldigen, dass wir vorher, bevor wir diese Abmachung gemacht haben, äh, Munition verkauft haben, weil das war wirklich nicht korrekt. Damit haben wir wirklich dein, äh, dein Geschäft geschadet und das tut uns auch leid. Aber seit diesem Tag haben wir eigentlich nix mehr gegen euch gemacht, deswegen hab ich diesen Angriff heute auch gar nicht verstanden. Das ist das Einzige, was ich bitten möchte, ja? Ich will keinen großen Krieg oder, oder die die ganze Zeit angreifen, das, das führt für mich zu nix. Weil im Endeffekt, das sieht man auch, hat Richi auch schon öfter, des Öfteren gesagt, wir haben viele junge Leute bei uns. Der eine hat sogar fast einen Profi-Pertrag bei Chelsea bekommen. Er wird bald wieder nach London müssen und ich möchte nicht, dass er wegen einem Krieg bei den Cousins, wegen diesem einen Kampf, den ich ihm auch schon mal von der Woche vorgeschlagen hat und er gesagt hat, er möchte diesen Kampf nicht, möchte ich nicht, dass er vielleicht eventuell sein Profi-Debüt verpasst. Wenn es einen Krieg gibt, dann soll es einen Krieg geben. Wenn er einen Kampf will und das Gericht so entscheidet, dann werde ich zu diesem Kampf natürlich eingehen. Aber die Frage ist, für was diesen einen Kampf, wenn du niemanden beweisen willst, wie stark du wirklich bist? Willst du die Wahrheit wissen? Die Wahrheit. Es geht um Dinge, die ausgesprochen worden sind. Dinge, die ich so nicht im Raum stehen lassen kann. Dann rede, dann rede. Nein, 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 hör mir zu. Und nochmal, wir sollen hier Dinge und Worte nicht erwähnen. Dinge, die gesagt worden sind. Ich bitte dem Gericht, dass er diese Dinge zitieren darf. Ich bitte dem Gericht, dass er diese Dinge zitieren darf, dass ich das nicht nochmal sage. Ich bitte dem Gericht, dass er diese Dinge zitieren darf. Ich habe es verstanden, beim ersten Mal schon. Richi, wenn er darum bittet, dann kannst du gerne die Worte sagen. Aber solange es natürlich in einem Rahmen ist, du weißt schon, was schmeckt. Okay, dann muss ich natürlich den Herrn, mit dem das Gespräch geführt worden ist, und das ist einer aus meiner Familie, mit dem Mafia das Gespräch geführt worden ist. Der kann ja mal gerne ein paar Ausschnitte, ja, hier dem Gericht teilhaben lassen, was ich immer noch nicht für richtig finde, weil Mafia weiß, was da geredet worden ist. Ich würde das lieber da lassen, wo es ist. Ich sage das nur, weil da wurde viel Blödsinn geredet, okay? Und Dinge, die ausgesprochen werden sind, sind am Ende des Tages schlimmer, wie irgendwelche anderen Taten, die hier von Leuten begangen werden, okay? Und da wurden Sachen gesagt, die so nicht korrekt sind. Das ist gerecht, was habe ich gesagt? Ich glaube, das reicht uns auch aus, oder? Das reicht uns auch aus, oder? Das reicht nicht aus, ich will genau die Worte hören, damit ich mich dafür entschuldigen kann und das nicht nochmal sage, weil das hat ihn anscheinend sauer gemacht. Okay, dann sage ich so viel. Diese Worte haben uns zu diesem Punkt hier gebracht, dass wir eine Unterlassungsklage gegen diese Herrschaften bekommen haben. Und diese Worte wollen wir jetzt nochmal aussprechen. Ich bitte darum. Da waren schon andere Leute. Weshalb haben wir denn diese Unterlassungsklage gemacht? Ich bitte darum. Ja, und ich bitte darum, dass du einfach mal ruhig bist und nicht nochmal dieses Ding aufmachst, weshalb wir hier sitzen, mein Lieber. Ich sage dir ehrlich, ich bitte darum, weil ich nichts weiß. Ich bitte darum, dass du... Ich bitte darum, dass es die Stopp aufgemacht wird. Moment, bitte, ganz kurz. Lille Mafia. Ja. Kannst du dich an diese Worte in deinem Gehirn erinnern? Das ist das Problem, es wurde so, so, so viel gesagt und ich weiß nicht, was diesen großen Richie... Dann sag mal, von welchem Namen wir hier sprechen. Mit wem hat er so gesprochen, Richie? Toni, Toni, einer aus meiner Familie. Mit Toni, erinnerst du dich jetzt, klingelst du da? Ich habe nur mit Toni geredet. Okay. Und die standen ja an der Wand. Die standen ja an der Wand. Ich habe nur mit Toni geredet. Okay, Toni, kannst du mal bitte vortreten, kurz? Auf jeden Fall. Okay, Toni, kannst du uns mal versuchen, so gut wie möglich normal zu erklären, was da gesagt worden ist? Schnell doch, Bruder, was ist ein Kind? Auf jeden Fall, wir hatten einen Kampf. Den Kampf hat Lille für sich entschieden. Wir standen an der Wand. Natürlich, da habe ich jetzt, wir haben eine Rangordnung bei uns, eine Goldkette und ich habe die Verantwortung der Jungs übernommen. Und so halt, ja, dann wollte ich mit Lille halt normal reden, wie ein Mensch, ohne Beleidigung oder gar nicht. Hat nicht leider geklappt. Auf gar keinen Fall. Er hat Mütter beleidigt, Väter beleidigt. Er hat gesagt, zieh die Hose runter. Ich werde dich von hinten natürlich nehmen, wenn du Lust hast. Also von mir kam nicht mal ein Wort zu was raus. Ich habe mich wie ein Mann natürlich verhalten, aber bei ihm ist es leider nicht so gewesen. Für mich war es einfach kindisch von ihm und mehr auch nicht. Die Jungs von ihnen, die Jungs waren sogar noch korrekter als er. Okay, ich verstehe. Also das ist ehrlich nicht cool, oder? Die Mafia, du hast jetzt gehört, was gesagt worden ist? Also deswegen will er diesen einen Kampf, weil ich gesagt habe, dass ich seine Hose runterziehe und ihn nochmal fick, wenn er will. Okay. Deswegen will er den Kampf, das frage ich, Richie. Deswegen willst du den Kampf? Nein, er hat gesagt, dass ihr euch, also guck mal, am Ende des Tages, ich sage euch ganz ehrlich, genauso wie es auch andersrum war, wie du vorhin schon den Richie zitiert hast, ja. Wir brauchen ja nicht alles hier nochmal zu zitieren. Das sind alles Höhepunkte gewesen in einem Streit. Und wir sind alle natürlich nicht in irgendeinem Pfadfinderverein, das wissen wir alle. Es werden Dinge gesagt, aber trotzdem, wenn wir alle anfangen, uns diesen Respekt, beziehungsweise diesen Charme abzulegen und nur noch auf diese Art und Weise miteinander reden, dann wird eine Gesellschaft überhaupt gar nicht mehr fähig sein. Und deswegen sitzen wir hier im Gericht und deswegen wird ein solches Verhalten hier überhaupt nicht geduldet. Deswegen brauchen wir diese Worte hier drin auch nicht. 100%. Das Gericht hat, glaube ich, genug gehört und das Gericht zieht sich jetzt erstmal zurück. Charlie, eine wichtige Sache noch. Ja. Weil er mich, die letzte Frage möchte ich gerne beantworten. Ja. Er fragt immer nach diesem einen Fight. Von mir aus kann es auch komplett weitergehen. Es geht darum, dass durch diese Unterlassungsklage, die wir bekommen haben, okay Mafia, wir das Beste, was wir rausholen können, diese eine Fight ist. Und deswegen spekuliere ich auf diese Fight. Richie, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber lass uns das bitte als Gericht entscheiden. Natürlich. Dafür sind wir auch hier. Und wir wissen auch genau, was wir machen und deswegen sitzen wir auch hier. Ich denke, ihr vertraut uns da auch ein bisschen. 100%. Und ich denke, ihr wisst auch, dass wir hier nicht irgendwas auf gut Glück versuchen, dass wir keine Amateure sind. Deswegen lasst uns mal bitte kurz zurückziehen. Nehmt euch mal alle eine Zigarettenpause und macht mal kurz eine Sendepause zwischendurch. Ich habe keinen Bock, dass die Sache jetzt hier wieder eskaliert, während ihr hier beieinander seid. Also ich bitte den Mafia und seine Jungs und Richie in ihre Ecken zu gehen und nicht miteinander zu sprechen, bis wir wieder zurück sind. Ich danke euch vielmals. Okay, das Gericht ist wieder da. Hört doch mal. Hört doch mal. Anna, Herrschaften, bitte auf ihre Position zurück. Sind alle anwesend? Hallo? Sind alle anwesend? Kannst du mal aufhören, diesen Automatenleiten zu drücken? Das nervt, das stört dir, das Gericht. Nimm dir mal weg von dem Automaten da. So. Warten, sucht die. Hieß, guck mal. Lille Mafia, bitte einmal aufstehen. So. Das Gericht hat sich zurückgezogen. Sich beraten mit den Geschworenen. Lange Beratung. Und wir sind zu einem Entschluss gekommen. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich mach den Anfang und danach gebe ich das Wort an die Geschworenen weiter. An beide Seiten. Ihr habt beide Schuhe als Scheißarmt stecken. Ihr wisst beide, dass ihr viel Scheiße gebaut habt bei diesem Thema. Meiner Seite, von meiner, oder nicht nur meiner Seite, sondern die Ansicht des Gerichts. Das Gericht sagt, beide Seiten sind schuldig in gewissen Punkten. Und gewisse Arten von Beleidigungen gehen überhaupt nicht, das wisst ihr ganz genau. Ob der eine mehr oder der andere weniger. Und ihr habt beide Briefe bekommen. Ihr wisst selber, was diese Briefe bedeuten. Und wir haben uns dazu entschieden, dass ein Kampf, ein letzter Kampf stattfinden wird. Aber da würde ich das Wort direkt an den Geschworenen zu meiner Hinteren geben. Herr Geschworener, bitte treten Sie einmal hervor. Ich möchte nur kurz ein paar Worte verlieren zu diesem Kampf. Dieser Kampf soll euch gestartet werden, sehe. Aber wir haben folgende Bedingungen. Es bleibt bei diesem einen Kampf. Und jegliche Provokationen, jegliche Beleidigungen von irgendwelchen weiblichen Familienmitgliedern, irgendwelche Beleidigungen von irgendwelchen männlichen Familienmitgliedern sind tabu. Übrigens sind irgendwelche Videos von irgendwelchen GoPro-Aufnahmen danach ebenfalls strikt verboten. Nein, 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 Bruder. Statt, stopp, stopp, stopp. Geine Widerworte. Ruhe im Gerichtssaal. Ruhe im Gerichtssaal. Noch ein Wort und er fällt. Gracias. Gut. Sollte es jedoch zu irgendwelchen Provokationen kommen, egal auf welche Art und Weise, dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass ich diese Person, die provoziert, höchstpersönlich aus dieser Stadt jage. Und vertraue mir, wenn ich dich aus dieser Stadt jage, dann wirst du freiwillig nicht mehr zurückkommen. Ein Anruf bei Abo. Ein Anruf bei Abo. Bitte, bitte Abo, klär für mich. Ich würde alles tun, wieder auf selber zu sein. Ich sage ehrlich. Natürlich. Euch wurde eine Frage gestellt. Ja, es ist angekommen. Aber ich habe... Gleich kannst du dein Pädeidio hier halten. Das schon hat man. Äh, es ist angekommen, oder? Das tut mir schon zu stinken. Hallo? Bei mir ist es angekommen. Ritchie ist gar nicht da. Ritchie, du musst lauter reden, weil man hältst mich. Hallo, doch, doch, doch. Sorry. Bei mir ist es angekommen. Okay, ähm, und du, Lil Mafia? Hast du angekommen? Äh, irgendjemand? Kalito. Warst du Kalito? Oui, bien. Okay. Ähm, warst du fertig, oder? Du hast noch ein paar Bedingungen, oder? Bitte, stell mich wieder nach hinten. So, und zu dem Thema Kalito. Du hast noch was gesagt gehabt. Äh, zu dem Thema mit den Fußballspielern, den Transfers und so weiter. Äh, Lil Mafia? Ja? Du hattest ja einen Profispieler bei dir, einen Angehenden, richtig? Ja. Den wollen wir natürlich nicht die Quale antun, dass er mitfighten soll. Deswegen würde ich euch beiden empfehlen, mit 25 Mann diesen letzten Fight zu bestreiten. Das ist in Ordnung für beide Parteien. Bruder, was sollen wir machen? Kann ich dazu was sagen? Bei Ausstattung jedes Mal 30 Cent, Bro. Also, müssen wir mit 25, oder? Ja, Regime. Also, äh, da, da möchte ich auch bitte jetzt, dass das Gericht versteht. Äh, wir respektieren das Gericht. Und ich finde auch, diese Verhandlung hat uns weitergebracht auf jeden Fall. Und wir respektieren jedes Urteil. Äh, aber natürlich, äh, ist das auch mein Recht. Und das will ich hier jetzt in Kauf nehmen. Ich ziehe meine Anklage zurück gegen den Herrn. Ich will, dass diese Sperre ab sofort bestehen bleibt. Äh, ich möchte mit dem Herrn weder jetzt, noch in Zukunft, noch irgendwann wieder etwas zu tun haben. Weil nochmal, ich wiederhole das hier nochmal für alle Dinge, die gesagt wurden, Dinge, die gesagt werden, kann ich so nicht akzeptieren. Und mit dem Herrn, der das Gericht schon die ganze Zeit hier nicht ernst nimmt, okay, wird auch in Zukunft, es wird nicht besser werden. Ich scheiße auf diesen Kampf, ich scheiße da drauf, ja, weil der Herr unterstellt Dinge, die ich nochmal, ja, nicht akzeptieren kann. Und ich möchte die Anklage zurückziehen mit größtem Respekt für das Gericht und mich auch dafür bedanken, dass ich hier so eingesetzt worden ist. Aber bei dem Herrn sehe ich keine Besserung, im Gegenteil, ja, es wird immer schlimmer. Und da ziehe ich mich lieber zurück, als mir sowas hier noch weiterhin geben zu müssen. Okay. Äh, vom Gericht würde ich gerne sagen, ähm, das mit den 25 Männern würde ich nicht so, auf denen würde ich nicht so korrekt finden. Weil da müssten wir Leute ausschließen. Ich würde auch gerne denen die Möglichkeit geben, die sind ja jeden Tag 30 Leute, dass wir das einfach machen, die Leute, die da sind. Weil da müsste man Leuten, die nicht so gut schießen in dem Fall, weil es ja wirklich nur um Schießen geht, die Chance verwehren. Und wir sind eigentlich eine gemischte Truppe und ich will einfach jeden dabei haben, der da ist an diesem Tag. Auch wenn es nur 22 sind, wenn die das verstehen. Und zu der Sache kann ich nochmal sagen, Richi, diesen Kampf machen wir nicht für uns, sondern den machen wir für die, äh, für die Stadt. Ja, einmal musst du dein Ego zur Seite packen. Halt deine Fresse, halt's mal. Hey, 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 hey wir sind hier nicht bei richterin barbara salisch genau entspannt euch bitte alle wieder wir fangen hier wir reden hier wirklich ausreden danke so lasst bitte den mafian aussprechen sagen diesen kampf machen wir nicht für uns beide sondern machen wir für die stadt für die stadt damit ein gutes miteinander leben möglich ist aber du darfst nicht vergessen die sachen die du zu mir gesagt hast okay die sachen die zu meinen jungs gesagt hast auch wenn du dich entschuldigt hast die sachen sie nicht vergessen du kannst nicht wein trinken und wasser predigen du kannst nicht von mir erwarten dass ich mit dir korrekt rede wenn du mit mir redest als wäre ich dein fuß abtrete ich will nur sagen eigentlich will ich diesen kampf auch nicht aber weil sich pablo und pablito und sergio mendes die zeit genommen haben um diese uhrzeit ein großes problem was die stadt auf jeden fall nach unten ziehen wird zu regeln und uns sogar verboten haben irgendwelche aufnahmen zu machen möchte ich das für die stadt machen ich mache das nicht für mich ich mache das nicht für meine jungs weil meine jungs halte die frische der sowohl beim thema bleiben ich raste ausgleich bitte beruhigen sie sich ja alle beruhigen einmal ja Ich kann dich gar nicht hier ausreden, Bruder. Ich verstehe, ich verstehe, dass du emotional geladen bist. Es werden die Urteile gefällt. Und dieses Urteil schmeckt vielleicht nicht jedem. Ich verstehe eure Sicht. Ich verstehe, dass ihr in einer schwierigen Situation seid. Aber, Jungs, ich sage es noch einmal. Glaubt mir, es war das Beste, was wir rausholen konnten für alle beide Parteien. Und hier geht es auch nicht nur um irgendwelche, dass du hier die Stadt retten willst, Lil Mafia. Hier geht es wirklich darum. Guck mal, wer hier redet, der soll jetzt mal kurz entweder den Raum verlassen oder der soll einfach die Schnauze halten. Esko, ganz ehrlich, das geht hier nicht um die Stadt, Lil Mafia. Keiner muss die Stadt hier retten. Es geht hier einfach darum, dass das Beste für euch, was wir rausholen konnten als Gericht, war diese Entscheidung. Und vielleicht passt ihr euch irgendwo nicht oder vielleicht passt ihr euch da oder hier. Hat Ecken und Kanten, nicht jede Entscheidung ist für jeden perfekt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, das Gericht hat entschieden und alles andere wird einfach noch unschöner für alle anderen ausgehen. So, ich denke, das war hier somit eigentlich schon die Beste. Aber dann habe ich aber noch eine Forderung. Ja, gleich. Bitte, ich sage euch das letzte Mal. Chill, chill, chill. Ey, 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 was ist hier los, Mann? Nicht unterbrechen. Ja. Ja, und lasst uns bitte normal hier wieder weiterreden, wie davor auch, ja? Ja. Ich würde einfach darum bitten, wenn wir schon diesen Kampf dann machen müssen, dass dieses Ding, was von den Cousins gegeben wurde, von dir, Pablito, dass das weggemacht wird. Ja. Dass dieser Kampf einfach, weil von unserer Seite kamen da keine Beschwerde. Wir wussten das und wurde das gesagt. Nein, das hat nichts mit euch zu tun gehabt, Mafia. Das war ein Fehler, den wir hatten. Das hat nichts mit euch zu tun. Ja, aber ich will nur, ja, Bruder, aber wenn wir schon diesen Kampf machen müssen, Bruder, ja, und von beiden Seiten, ey, lass uns doch reden, Mann, was ist ein Problem, Mann? Es ist zu Recht. Hey, 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 du willst eine Strafe von mir wegnehmen, die zu Recht ist. Bruder, nochmal, zu Recht, lass das Thema zu. Guck mal, ich sage noch einmal, zu dem Thema mit zurücknehmen, du kannst gerne deine Revision schreiben oder deine Revision an die Herrschaften, die euch die Strafe verpasst haben. Aber, das darf keine Forderung sein, das darf eine Bitte von dir sein und mehr gibt es hier nicht. Ja, okay, dann habe ich eine andere Bitte. Dürfen wir trotzdem dieses Tape-mäßig oder ist das komplett verboten verboten? Ist da gar nicht mehr zu rütteln? Jungs, du auch mal Platz, die Witzel. Verboten, es ist durch, Mafia, es gibt kein Tape. Hey, Ruhe, ausgehen lassen. Charlie, ich will das nochmal wiederholen. Ich werde nicht gegen diesen Herren kämpfen und das hat Gründe, wo hier das ganze Ding übersteigen, ich habe da keinen Bock drauf. Es ist keine Aussicht, es wird danach nicht besser sein. Das ist hier alles nicht ernst genommen und da habe ich keinen Bock drauf. Ich sage euch so, wie das ist. Doch, ich muss hier leider wieder sprechen, das muss ernst genommen werden. Ich sage dir auch warum. Weil wer das hier nicht ernst nimmt, der wird mit voller Härte bestraft. Das will keiner von uns beiden, habe ich recht, Richi. Das ist das Problem an der ganzen Sache, Richi. Und das wäre schon jetzt auf diesem Level. Aber das haben wir jetzt gerade, wir haben Wind aus den Segeln bekommen. Ja. Und das muss jeder hier einmal begreifen. Und wer diese Regeln, die Forderungen, die von Herr Mendez hier gestellt worden sind, nicht ernst nimmt. Herr Mendez ist ein Geschworener des Gerichts. Und glaub mir, diese Forderungen, die er gestellt hat, die sind noch sehr, sehr gut. Deswegen sage ich, Bro, es tut mir leid. Lass uns einfach kämpfen und danach uns die Hand geben. Wir können auch sagen, dass wir anders kämpfen, nur mit SNS-Pistolen oder so einen Scheiß. Weißt du? Nein, nein, ey, ey, hör mal, hör mal, quatsch mich an der Seite, quatsch mich an der Seite. Es gibt schon genug Regeln und verstehe mich nicht falsch, Mafia, du kannst dir keine neuen Regeln aufstellen. Du hast eine Forderung bekommen. Easy. Ja, die Forderung lautet, die habt ihr bekommen. Okay. Die brauchen wir nicht zu wiederholen. Bis wann müssen wir den Kampf machen? Das sagen wir euch gleich im Anschluss, ja. Erstmal wollten wir euch darüber informieren. Und zu dem Thema deiner Spieler, deiner Fußballspieler, hast du ja jetzt auch deine Antwort. Ja. Du musst deine Spieler nicht opfern dafür. Okay, easy. Du kannst sie gerne auf der Reservebank sitzen lassen. Easy. Dann kannst du die verschonen. Und auch hier bei den Cousins genau dasselbe. Jungs 25 Mann pro Seite. Easy. Das wird der Kampf sein. Und nach diesem Kampf wird der Verlierer, noch einmal der Verlierer, eine ehrliche, aufrichtige Entschuldigung setzen. Das ist das Beste. Und ganz korrekt einmal eine Entschuldigung wie ein erwachsener Mann. Und danach, ja, von mir aus machen wir nochmal ein Gericht, wenn ihr unbedingt wollt. Wenn nicht, wenn ihr beide erwachsenen, wenn ihr beide eine erwachsene Lösung wollt, dann nach diesem Kampf und nach dieser Entschuldigung sollte das Thema eigentlich begraben sein. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach, ja. Ich bin dafür, dass wir uns ganz kurz nochmal zurückziehen. Und ich möchte gerne mit Ritschi das machen, ein Sechs-Augen-Gespräch. Okay. Ja, bitte. Alles klar. Hä? Hä, das ist aber unfair, also. Ritschi, komm, Ritschi. Hä, wie unfair ist das, Mann? Scheiß drauf, Jungs, scheiß drauf. Scheiß drauf. Jäger. Fährt hinein. Warte, mir kommt das jetzt auch vor. Ist die Geschichte wahr? So. Das Gericht hat sich wieder hinten beraten, wie ihr gerade mitbekommen habt. Lill Mafia, steh mal bitte kurz auf. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie manche Leute... Seid ihr alle da? Gut, rass dich doch mal. Wie manche Leute als Zuschauer hierher kommen und ich versuche, einen Spaß hier draus zu machen. Wir nehmen uns hier die Zeit. Eigentlich ist das alles ja auch nicht mein Problem. Ich habe auch was Besseres zu tun. Ähm... Soviel zu dem Thema. Ich schalte die ganze Zeit irgendwelche komischen Sprüche, deswegen wollte ich das mal kurz loswerden. Ähm... So. Das Gericht hat sich gerade zurückgezogen. Ja, eben, Bruder. Und hat sich wieder neu entschieden. Es wird eine absolute Kontaktsperre zwischen euch beiden herrschen. Ähm... Weil ich das sage. Weil das Gericht es so entschieden hat. Aus welchem Grund? Ich will nur den Grund wissen. Du kriegst keinen Grund, fick dich. Guck mal, ähm... Lill Mafia, den Grund, den muss das Gericht nicht erläutern. Okay, warte, ihr geht zu kurz zur Seite, aber ihr geht kurz zur Seite, redet mit Ritchie über mich, über das, was ich gesagt habe und nutt mich nicht dazu? Sie. Alles klar, Mann. Tolles Gericht. Äh, Lill Mafia, verstehe mich jetzt nicht falsch, ja? Ich wollte das jetzt hier nicht sagen, aber du nimmst das Gericht schon die ganze Zeit nicht ernst und es stört mich schon von der ersten Sekunde an. Bro, ich nimm das Gericht ernst. Ich nimm das Gericht ernst. Nein, 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 nein. Du nimmst es nicht ernst. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Wenn du es ernst nehmen würdest, dann hättest du schon ganz anders heute geredet hier vor Gericht. Ja, du hast heute das Gericht nicht ernst genommen in gewissen Punkten. Manchmal nimmst du es ernst, manchmal nimmst du es nicht ernst. Du machst nur die ganze Zeit dieses Hin und Her, weißt du, was ich meine? Aber ich versuch's die ganze Zeit zu ignorieren. Du hast mich heute hundertmal wie ein Bettler, als ob ich ein Bettler bin, bitte sagen lassen, damit du endlich mal aufhörst, hier die ganze Zeit Sprüche zu droppen. Guck mal. Schneidet in die Hand ab. Ähm, ich sag euch ganz ehrlich, das Gericht hat so entschieden, so. Es wird eine absolute Kontaktsperre zwischen euch herrschen und wer diese Kontaktsperre missachtet, da sag ich euch ganz ehrlich, als Kanun spreche ich jetzt hier, der wird direkt von Kanun überrollt. Ohne Wenn und ohne Aber. So, und der wird das auf jeden Fall bereuen, dass er diese Kontaktsperre missachtet hat und die Entscheidung des Gerichts. Ja, weil das geht mir alles langsam zu weit. Ich sag euch ganz ehrlich, wir machen eine Kontaktsperre auf unbestimmte Zeit und sobald das Gericht sich entschieden hat, diese Kontaktsperre aufzuheben, dann werden beide Parteien wieder zusammengeholt und dann werden wir diese Kontaktsperre offiziell wieder aufheben. Bis dahin existiert für dich ein Ritchie nicht mehr und auch die Cousins und für dich, Ritchie, existieren die Young and Reckless und Lil Mafia nicht mehr. Ganz einfache Sache. Und Lil Mafia, falls du Fragen hast, du kannst eine Revision schreiben und Ritchie genau das gleiche auch für dich. Ich hab mit Ritchie, wir haben gerade Ritchie mit dazugeholt, weil es ging um eine längere Sache im Hintergrund. Deswegen haben wir Ritchie nur dazugeholt. Das hat auch am Ende des Tages in erster Linie nichts mit dem zu tun, was eigentlich die Entscheidung gefällt. Diese Entscheidung wurde gefällt, weil die erste Entscheidung nicht die richtige Entscheidung war, da gewisse Dinge nicht in Betracht gezogen worden sind. Okay, und ihr habt meine Sicht immer noch nicht gehört. Wir haben deine Straftat. Aber hey, ihr respektiert das komplett in Ordnung, bro. Es ist besser als andere Strafen. Es ist besser als andere Strafen. Das habe ich von der ersten Sekunde an schon gesagt. Easy, bro. Lass uns das einfach so machen. Lass uns das einfach bitte so machen. Und jeder geht seinen Weg. Easy. Wir haben unser Auge auf beide Parteien. Und der Nächste, der versucht hier irgendwas hier nicht zu ernst zu nehmen, der wird auf jeden Fall ohne wenn und ohne aber mit voller Härte bestraft. Ganz einfache Sache. Das Gericht hat sein Urteil gefällt. Wir brauchen das auch nicht mehr in die Länge zu ziehen. Ich dachte am Anfang, man kann das hier wirklich mit korrekten Worten und nicht mit Respekt hier lösen. Aber irgendwie geht es immer weiter und weiter. Ich verstehe nicht, was hier das Problem ist. Aber ich hoffe, das Problem wird jetzt auf diese unbestimmten Zeit geklärt sein. Und vielleicht werden wir bei der nächsten Verhandlung eine gesunde Lösung finden. Bis zum nächsten Mal.